Schön, dass du wieder da bist. Wie du den Hintergrund schon sehen kannst, gibt es heute Schüsseln, aber nicht so viele wie hier und auch nicht aus demselben Material, weil ich habe irgendwie kein Bild gefunden, was Metallschüsseln zeigt. Aber das gibt es heute. Okay, aber der ist besonders schön, der Hintergrund, deswegen habe ich den ausgesucht, weil er so schön bunt ist. Okay, gut, wir fangen einfach an. Der Pilzi bekommt heute eine Schale auf den Kopf. Ich bin der Finger nie betranken. Ich finde, man hört richtig die Vibrationen von der Schüssel. Ich muss das ein bisschen mittig drauf tun. Ich bin der Finger. Okay, gut, und da. Okay, gut, wir machen. Okay, gut. Zand. Ich muss aufpassen, nicht mit den Fingern die Wände rüberzukommen. Wie für ein Hund? Hört ihr genau? Ich hab gar keinen Hund. Hallo? Hört ihr ganz gut, dass ich nicht e lässt einen Hund. Hört ihr hierBLATT auf den kidются. Hört ihr euch? Hört ihr euch? Hört ihr euch. Hört ihr euch nicht. Hört ihr euch? Hört ihr euch. Und ich schaff. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher, damit man das länger hören kann. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ich mache das mal ein bisschen mit dem Gelder höher. Ja, der ist cool. Wenn es erst wackelt, mag ich das nicht. Okay, aber der letzte, also der vorletzte, der war richtig gut. Okay, ich hoffe, es hat dir gefallen. Okay, ich freue mich, dass du dabei warst und ich hoffe, du bist jetzt mehr entspannt oder entspannter als vorher, weil für dich und deswegen mache ich das hier. Und ja, ich wünsche dir einen entspannten Abend heute noch, dann eine entspannte Nacht und morgen früh einen entspannenden Tag. Good night, good night, good night, good night. Vielen Dank.